In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einer fantastischen Tastenkombination ja sofort die Suchleiste des Feinders aktivieren kannst. Du siehst, ich bin hier auf irgendeiner Webseite, und zwar auf Wikipedia, Kurzwelle habe ich jetzt mal aufgeschlagen. Das hier ist eben der Google Chrome Browser. Und wenn ich, egal aus welcher App, beispielsweise eben aus Google Chrome heraus, die Suchleiste von Feindern aktivieren will, dann mache ich das, indem ich die Tastenkombination Command, Option und die Leertaste gleichzeitig drücke. Und zack, mache ich das. Und voilà. Automatisch wird ein Finder-Fenster hier erscheinen, und der Cursor ist direkt auch in dieses Suchfeld gesetzt. Also einfacher geht es eigentlich gar nicht. Genau? Jetzt geht es genau.